So, da sind wir wieder bei BattleBand. Heute, hoffentlich, mit den letzten 3600 Erfahrungspunkten, um einen neuen Agenten zu spielen. Ich weiß auch schon, welchen ich nehme. Ich nehme einfach mal den Agenten von, äh, Tchitko, hier den Cypher. Da brauche ich mich danach nur noch auf, ähm, oben, auf Waze und auf Viper gestürzen. Aber erstmal, äh, Cypher. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich nehme noch zwei Taktiker über und so gelandet. Aber wir bübst uns ja auch ein Taktiker. Also, das Beste, wir legen einfach mal los. Ich bin Schild und Schwert. Du bist zu langsam. Ich bin Bind. Das ist die mit, mit den Teleportern. Vielleicht darf ich ja dann endlich mal auch heilen. Ursache Schaden. Ich kaufe Gegenstände aus dem Arsenal. Ach, echt? Ich dachte, ich bin ja schon 4.000. Um Gegenstände zu kaufen. Aber nur 30 Stück halt, ne? 24 Runden nehmen wir maximal. Na ja, eigentlich 25 Runden, wenn man noch wieder zum Ende nimmt. Aber dazu kommt ja meistens nicht. Keine Sorge. Die Leute sagen, ich wäre ein Wunderkind. Na, wenn sie meinen. Das ist immer interessant, wie links- und rechts-lastig man das auch gleich hört. Die Fähigkeiten wird ich glaube nicht mit kaufen. Das ist nicht mehr, wie links. Das ist immer noch hier. Diese Schaden ist eigentlich runter und nicht mit auf auf. Wie ist das? Ich sehe mich noch mal. Ich sehe mich jetzt nicht zu laufen. Und hier ist schon 4.000. Ich nehme mich nicht mehr so weit. Ich gehe crunchiere mich. Ich gehe mich nicht mehr so weit. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Ich bin gestorben. Wunde 1 ist schon mal weg. Aber bin es tot? Ist ja egal, du wirst jetzt von irgendwo her geholt. Wenn du es sagst. Ich muss kaufen. Das wird ein Mordspaß. Wegen Erfahrungspunkte. Schaden sollte ich zwar auch machen, aber ey. Gegner gesichtet. Meine Ult ist nicht bereit. Unser Zeugzeug wurde getötet. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Volltreffer. Letzter lebender Spieler. Stopp. Deswegen. Und... Strich mittendurch Ups Abgelenkt vom Höhlenfeuer Abgelenkt vom Höhlenfeuer Abgelenkt vom Höhlenfeuer So famine Vertraut auf meine Heilung. Meine Ult ist bereit. Unser Aufträger wurde getötet. Bis dann. Letzter lebender Spieler. Kopfschuss. Wow. Zieht halt auch ein Spieler jetzt auf einmal. Wir werden ihn betonen. Wir werden ihn betonen. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Weißträger wurde eliminiert. Seht genau hin. Legender lebender Spieler. Wenn mein Sonarpfeil trifft, seht ihr sie laufen. Dann schlagen wir zu. Sie sind nicht besser als ich. Ich kann noch nicht mehr dazu die Wand zu sehen. Letzter lebender Spieler. Dein Fehler. Der blöde. Soll ich jetzt nicht eigentlich einen zu viel einpucken? Hat der denn ura ura oder so? Afe zu, Afe tot. Afe, Hilfe. Gegner getackt. Letzter lebender Spieler. Rundter. Runter, meine Ult ist bereit. Seht genau hin. Super lit. Ein Gegner übrig. Voll erwischt. Blockiere die Sicht. Ja. Wen ersticken wir zuerst? Keine Ladungen übrig. Wechseljimel. NaochNow, ein Ge corrected. focusing souseä Bertin und Geräusch palette wird. Happen. Was? Für uns. Aus Settings. Wir dug 40 % Da sind sie. Das zeigt, hier wurde getrittet. Letzter lebender Spieler. Ein Armbogen. Nicht wieder aufstehen. Hm. Okay. 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 Anträger getätet. Autsch. Bereit für's Höllenfeuer? Letzt erleben das wieder. Autsch. Was ist das? Komm einfach zu gar nichts. Ich bin der Däger, aus dem Weg, noch 20 Sekunden. Ich bin der Däger, aus dem Weg. 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 Zu spät. Ich bin der Däger, aus dem Weg. Ich bin der Däger, aus dem Weg. Was? Was? Blockiere die Sicht. Noch 30 Sekunden. Ich hab den Spike. Bis? Ich bin der Däger, aus dem Weg. Ich bin der Däger, aus dem Weg. Wow. Ich hab keine Ahnung, wie das gerade gemacht worden ist. Oh, ich hab dann sogar noch die Dings. Ich hab das Schildchen. Ich hab das gerade gekauft. Ich bin irgendwie auch... Rainlost gerade. Nehmt mindestens einen von denen mit. Nehmt mindestens einen von denen mit. Ich hab das in den Spiff und da, die Anrufe zu lassen. Ich hab sie mit dem Weg. Ich hab das Lust aus. Ich hab das noch mal gesehen. Ich hab das hier vorgelegt. Erbärmlicher Tod. Letzter lebender Spieler. Ein Gegner übrig. Knapp. Matchpunkt. Sollen Sie versuchen, mich zu überwältigen? Das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Mauer errichtet. Gegner gesichtet. Gegner am Boden. Letzter lebender Spieler. Ich geh. keine ahnung was das war ich habe zu viel gekauft so und ein agent freigeschalten ich war nicht auf stupe 2 aber hier bin ich durch ja zyp absolut nichts ich glaube damit kann ich ganz gut spielen so ich muss eine neue mission auswählen erst mal bio buffe anna gift spritze egal ja mein ziel war es erst mal überhaupt was freizuspiel das haben wir geschafft ganz schön jetzt hier ist ganz schön lange punkt jetzt bei den ganzen aufträgen auch das hier dauert jetzt wohl noch etwas länger aber hier gibt es jetzt ja wenn es euch gefallen hat trotzdem das eine positive bewertung da ihr könnt gerne den kanal abonnieren um ein video zu verpassen bis dahin ciao ciao